Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zurück. Es ist noch nicht lange her, da habe ich den letzten Vlog beendet. Ich bereite hier gerade alles vor. Ich muss auch meine Brille putzen. Ich habe nämlich gleich einen Termin beim Zahnarzt. Da freue ich mich nicht drauf, aber es nutzt ja nichts. Das wissen wir alle. Und ich muss auch unbedingt nach vielen Monaten, da habe ich auch einen Termin gemacht. Also jetzt nicht heute, sondern einen anderen Tag, weil wer das wohl war. Also die Gläser sind noch in Ordnung, weil das ist ja richtiges Glas zu. Also was heißt zum Glück, wenn wir Glück gehabt, dass Smurfy da nicht Scherben im Schnäuzchen hatte. Ja, und die ist auch versichert, die Brille. Und die war auch nicht teuer. Was heißt nicht teuer, also es gibt ja Brillen, die kosten so 600 Euro oder so und die hat 75 Euro gekostet. Also es ist ärgerlich, aber es ist jetzt nicht so ein großer Schaden, wie normal Brillen sind, wenn sie kaputt sind. Und Bernd ist schon weg. Der hat den Smurfy schon mitgenommen und der hat das ganze Auto voll wieder mit Zeug, alles, was hier weg muss, was zum Laden muss oder zum Haus. Also ihr habt uns ja gesehen die letzten Tage, wie wir nur gerödelt haben. Und gestern Abend hatte ich ja dann auch vermehrt Übungswehen und ja, habe mich dann geschont. Und heute sind wir den ganzen Tag auf der Arbeit und ich freue mich da drauf, weil das ist so entspannend. Da muss man nicht körperlich was machen. Und heute habe ich mir so das weiße Oberteil angezogen und irgendwie der wächst jeden Tag jetzt, der Bauch. Also der wird jeden Tag größer. Unglaublich. Wundert euch nicht, dass ich hier überall Rollos runter gemacht habe. Es ist nämlich wieder warm geworden. Und damit es hier in der Wohnung nicht so warm wird, weil wir jetzt noch 23 Grad, ja, habe ich die Rollos runter gemacht. Und ich habe ja jetzt eine Jeans an, weil jetzt ist es noch relativ kühl. Und dann nehme ich mir meinen Rock mit und meine Flipflops nehme ich auch mit, weil nachher wird es warm. Und ich hasse es zu schwitzen, ne. Ich hasse es und dann kriege ich auch so Kreislaufprobleme. Aber ich glaube, es ist ja jetzt nicht mehr so die Hitze, wie es war, als es so 40 Grad war, ne. Ja. So, ich bin fertig beim Zahnarzt. Es hat länger gedauert, als ich dachte und das Problem ist auch größer, als ich dachte. Mal eben einsteigen. Also, wir waren den einen Abend noch beim Griechenessen, habe ich euch erzählt. Und ich habe Pommes gegessen und mir ist ein Stück von der Krone abgeknackt. Die habe ich ja letztes Jahr erst neu bekommen. Und ja, so, es war halt ab. Gut, kann man nichts machen. Man hat das jetzt noch nicht so, das war halt hinten. So, hat man nichts gesehen. Aber jetzt hat die halt Abdrücke genommen und keine Ahnung alles. Und jetzt ist halt vorne, ja, jetzt vlogge ich halt so weiter, bis ich das wieder alles fertig habe. Ja, diese Mundschutzsituation ist ja dann dafür ganz praktisch im Moment. Wichtig ist mir halt immer, dass ich die Nase frei habe, weil ich kriege echt schlecht Luft, wenn die da drunter sind. Und dann habe ich sofort das Gefühl, dass ich so Atemnot habe. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, vor allem, weil ich halt Videos mache und ohne... Also, ich habe Zähne oben drin, aber es sieht halt doof aus, wenn da einer so kacke aussieht. Und deswegen mit Mundschutz, Mann, ey. Ja, oder ich vlogge halt nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie lange das dauert, bis ich dieses Ding da wieder fertig habe. Ich glaube, ich schätze mal Ende der Woche. Ich weiß es nicht. Ja, es nutzt nichts. Müsst ihr so mit mir Vorlieb nehmen. Ich vlogge zu gerne, als dass ich jetzt sagen könnte, ich vlogge jetzt eine Woche nicht oder so. Ja, das Positive, was aber passiert ist, ich hatte vorm Zahnarzttermin noch etwas Zeit. Und ich war bei Family. Und ich habe Babysachen angeguckt. Oh Gott. Und das habe ich ja bis jetzt noch nicht gemacht. Extra. Weil ich weiß, wenn ich damit anfange, dann will ich die auch kaufen. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Ja, dann will ich die auch kaufen. Und wir haben ja gesagt, wir kaufen erst Babysachen, wenn das neue Haus fertig ist. Und wir halt... Weil jetzt würde ich es alles mit in die Wohnung nehmen und dann müssen wir es halt nur rüberschleppen. Wir haben noch nichts gekauft. Immer noch. Gar nichts fürs Baby. Und wir wissen auch immer noch nicht, ob es ein Mädchenerjunge wird. Und wir möchten das auch bis zur Geburt nicht wissen. Von daher würde ich eh nicht viel kaufen. Aber gerade war ich kurz davor, einen total unvorteilhaften Strampler zu holen, weil der so schön war. Der war so süß. Der war grau und mit Sterne und so. Oh, den hätte ich so gerne mitgenommen. Ich stehe ja total auf so selbstgenähte Dinger. Kennt ihr die bestimmt aus dem Internet. Die sind so schön. Aber ich kann nicht nähen. Aber die sind so schön. Diese Pumphosen und dann so schöne bunte Stoffe. Also die sind ja dann auch total geschlechtsneutral. Ja, mal gucken. Ich musste mich echt zusammenreißen, nichts zu kaufen. Und Mädchensachen, das habe ich ja schon als damals Calvino klein war, habe ich immer vor den Mädchenregalen gestanden und habe gedacht, boah, so viele Sachen gibt es für Mädchen. Und für Jungs gibt es immer nur so ein paar Sachen. Also so, ja, blau, grau, blau, schwarz. Und für Mädchen ist halt Glitzer und rosa und Röschen und spitze und voll süß. Ja, naja. Ich habe nichts gekauft. Ich war ganz tapfer. Und jetzt fahre ich mal zum Bernd. Der wartet nämlich schon auf mich, auf der Arbeit mit dem Smurphy. Und ja, bis gleich. So, wir haben nämlich heute wieder 25 Grad und, ähm, oder 26. Und dann können wir hier nachher schön die Markise ausfahren und chillen. Dann haben wir auch eine Mittagspause. Und hier haben wir noch unsere Liegestühle. Da können wir uns nachher in die Sonne legen. Und jetzt gibt es aber erstmal Frühstücksshake. Heute mit Heidelbeeren. Wie hat der dir geschmeckt, Bernd? Nicht gut? Oh. Hat den voll lecker. Ich mag das, wenn die so richtig lila sind. Und mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, wenn ich dann vlogge, dass ich hier Ränder habe von meinem Shake. Voll peinlich. So, ich habe meine alten Schlörner hier mitgenommen. Die gehen schon so langsam kaputt. Aber für jetzt tun die es noch für die zwei, drei Tage, die noch warm sind. Weil, wenn wir umziehen, dann schmeiße ich die einfach weg. Und dann muss ich nichts mitschleppen. So, nächstes Jahr kaufe ich mir neue. So, ich habe mir ganz viel Arbeit mitgenommen heute. Also, das heißt ganz viel. Ich muss noch ein Video schneiden. Das von gestern. Das habe ich noch nicht geschnitten. So. Ein bisschen Führer brauche ich dafür. Und, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich euch noch nie erzählt, dass ich mal ein Bullet Journal angefangen habe. Und, ja, das wollte ich jetzt ein bisschen weiterführen. Kennt ihr das überhaupt? Der ist halt wie so ein Kalender, den man selber gestalten kann. Der ist jetzt halt vom letzten Jahr, aber weil ich noch nicht so viel reingemacht habe, reingeschrieben habe, kann ich den dieses Jahr auch noch verwenden. So. So sieht das dann aus. Und die kann man sich halt ganz individuell gestalten. Was kann ich euch denn für eine Seite zeigen, wo keine vertraulichen Informationen sind. Ach, hier zum Beispiel habe ich mir so ein Cleaning-Schedule gemacht, wo man halt Sachen, die man täglich macht, wöchentlich macht oder jährlich. Aber ich habe das dann irgendwann so aus den Augen verloren. Und jetzt wollte ich wieder anfangen. Hier ist sowas, weil wir schreiben ja jede Woche auch immer einen Menüplan. Da hatte ich dann mit angefangen, Woche für Woche sowas zu machen. Nur das ist schon echt zeitaufwendig, wenn man das jede Woche machen möchte. Und das habe ich festgestellt, das ist nichts für mich. Das führe ich dann nicht zu Ende. Ich habe halt einen Geburtstagskalender gemacht. Das finde ich ganz praktisch. Vor allem einen, den ich jedes Jahr benutzen kann. Da steht jetzt halt nur Calvino drin, deswegen kann ich euch den zeigen für September. Und dann habe ich halt immer vier Monate auf zwei Seiten gemacht. Und weil ich gemerkt habe, das ist nichts für mich, dieses wöchentliche Dingsbums. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Also das ist der Oktober und das ist der November. Und ich weiß jetzt schon, dass das liegt mir besser, wenn das so untereinander ist als dieses Kästchen-Ding. Ja, da muss man da nicht jede Woche dran sitzen, sondern einfach nur die Termine eintragen. Ja, und das sind meine ganzen Stifte dafür. Das sind extra so, also einige. Das sind mir wie aus. Aus. Nicht alle, aber zum Beispiel dieser hier. So ein Kalligrafiestift extra. Da habe ich zwei Stück von, damit man so schöne, geschwungene Schrift machen kann, was ich noch üben muss. Die habe ich auch in Bunt. Pinselstifte. Ja, und da wollte ich nachher noch ein bisschen weitermachen. Und hier, genau. Unsere Essensliste müssen wir auch noch schreiben, ne Bernd, für diese Woche. Und Einkaufsliste. Dann kann ich nachher nämlich auch einkaufen gehen. Oder du, je nachdem, wie wir Lust haben. Ja. Bei uns ist jetzt Frühstückspause. Wir machen gerade Frühstück. Das ist der Toaster. Ich habe mal diese Schwangerschaftsunterhosen an und dann sieht man immer den Streifen. Das sieht total hässlich aus. Das ist unser ganzes Gedöns. Wir machen noch ein großes Holzbrett, wo wir beide von essen. Also wir legen und alles die Brote. Toast. Dann haben wir noch ein Brötchen von gestern beim Frühstück. Und Krustenbrot und verschiedene Weißbrote. Das ist so Reste-Frühstück heute. Da muss ja auch noch alles weg. Und dann haben wir noch eine Suppe. Die macht der Bernd gerade warm. Die hat er letzte Woche frisch gekocht und eingefroren. Und die ist jetzt noch im Auftau-Modus. Und das ist der Toaster, den Bernd sich, ja, langersehnt bestellt hat oder er es falsch bestellt hat für, ja, vier Scheiben. Was darf ich dir toasten? Was darf ich dir toasten? Brot. Brot. Okay. Ja gut. Die Suppe ist noch eingefroren. Ja, und dann haben wir eine ganz traurige Nachricht zu machen. Der Mucki. Da oben war er immer. Der ist verstorben. Hier, ähm, der hatte ja schon, bitte, irgendwas rein, okay. Kein was? Irgendeinen Toast. Irgendeinen Toast. Ja. Der hatte ja schon, ja, seit längerer Zeit, einen Tumor über dem Auge und hat das nicht mehr zubekommen, das Auge. Da war ich auch beim Tierarzt mit dem, das war ein Kanarienvogel, für alle, die es nicht wissen. Und, ähm, da hat die Tierärztin halt gesagt, dieser Tumor verursacht halt keine Schmerzen. Ähm. Mal riechen, ob es noch gut ist. Und solange er frisst und trinkt und singt und alles, ist alles gut. Und das hat er auch, der Mucki, also der war immer gut auf. Und solange kann er halt auch leben, sagt sie. Da müssen wir den nicht einschläfern oder so. Nur sobald sich das halt verschlechtert, ja, muss er halt eingeschläfert werden. Und das ist jetzt, ich weiß nicht genau, ein Dreivierteljahr ungefähr her, dass ich da beim Tierarzt war oder Tierärztin. Und, ja, dann war das jetzt halt so, dass er schon ruhiger geworden ist. Er hat immer noch gefressen und getrunken. Ja. Und mit morgen war er dann auf dem Boden. Und, ja, kann man nichts machen. Also, für alle, die das nicht wissen, also, der Mucki ist halt alleine, hat er bei uns gelebt. Ich hatte den von meiner Mama geerbt, die ist halt, meine Mama ist halt vor, ich weiß nicht, viereinhalb Jahren gestorben. Und die hatte diesen Kanarienvogel und der war damals schon, also knapp zehn Jahre, acht, neun, zehn, man weiß es nicht genau. Genau. Und wir wollten den, weil der halt schon so alt war, haben wir gedacht, naja, dann, der wird ja eh nicht so alt, haben wir gedacht, dann darf der bei uns bleiben. Und erst wollten wir einen zweiten dazu holen, weil die sollen ja nicht alleine sein, aber eigentlich wollen wir keinen Vogel. Und wenn wir jetzt einen jungen Vogel dazu geholt hätten, dann wäre halt der Mucki gestorben. Dann wäre der andere wieder alleine gewesen, hätten wir wieder einen geholt. Dann wäre das so ein Teufelskreislauf gewesen. Und einen alten Kanarienvogel haben wir auch nirgendwo gefunden. Oder einen gefunden, wo wir Mucki hätten hingeben können. Und ja, deswegen haben wir dann halt gedacht, der ist ja eh alleine. Ja, ich komme. Dann haben wir gesagt, also der wird ja jetzt nicht mehr so lange leben. Dann kann der halt in seinem kleinen Käfig bei uns bleiben, bis er halt nicht mehr ist. Ja, und jetzt war er dann doch nun viereinhalb Jahre noch bei uns. Aber das wusste man ja halt vorher nicht. Und jetzt hat er es geschafft. Für ihn, ja, ist endlich dieses trostlose Leben im Käfig alleine zu Ende. Das ist ja auch schön für ihn am Ende. Aber trotzdem denke ich so ein bisschen an meine Mama halt. Der hat mich halt immer erinnert an meine Mama. Ich habe gerade von Mucki erzählt. Ja, wir haben ein paar Brudeln. Ja, wir haben ein paar Brudeln. Übererdigen wir gleich. Hier ist das jetzt noch mit Bleistift geschrieben. Und hier oben habe ich schon nachgeschrieben. Und hier habe ich den Bleistift schon wegradiert. So sieht es dann aus. Ich mache das immer mit so extra Stiften. Die gibt es in verschiedenen Stärken. 0,8 und Eintragen mache ich dann mit dem 0,1, weil der schreibt dann ganz besonders fein. Da zeige ich euch gleich, wie das dann aussieht. Und so, also, so sieht das jetzt aus. Einmal der Dezember. Und ich habe jetzt einfach schon mal vom Calvino die Schulsachen eingetragen. Den Wandertag. Und hier, wir wissen dann immer schon, was die für Arbeiten schreiben und Ferien. Die fangen diesmal auf einem Dienstag an. Und dann habe ich da immer so einen Überblick. Deswegen mache ich das ganz gerne. Und die Termine, die schreibe ich gleich alle hier rein. Und dann sehe ich immer direkt, ja, was wir zu tun haben. Jetzt schaut euch mal den Oktober an. Das sieht total chaotisch aus. Das gefällt mir gar nicht. Deswegen mache ich das so. Ja, das gefällt mir sehr viel besser, übersichtlicher. Und, ja. Achso, und warum ich das überhaupt mache, dass ich das wieder hier anfange? Ich habe ja ab nächstes Jahr keinen Kalender mehr hier von der Arbeit, weil ich ja erstmal keine Nageltermine mehr habe. Und deswegen fange ich das wieder an, damit ich halt, ja, einen individuellen Kalender habe, für alle unsere Termine, die es immer so anfallen. Hallo. Man sieht uns gar nicht, ne? Nein, sieht man gut. Dich sieht man gut, das ist das Wichtigste. Der Eti sieht man denn auch? Der Eti ist ganz exited. Ich gucke die Kamera und die sagt, hallo. Ist der Profi-YouTuber-Beagle. Ich weiß nicht, das ist nicht. Ich habe immer noch Vater. Ich habe eigentlich gesagt, der ist mir so müde. Der hat nur zwei Stunden lang geschlafen. Ja. Der ist ganz erschöpft. Der war ganz aufgeregt. Wir haben gar nicht mehr uns hier gemeldet, weil es war richtig viel zu tun. Jetzt liegt er da. Ja, und haben wir gar nicht mehr geschafft, zu glocken. Kuchen habe ich heute für 50 Euro geholt. Vielleicht mit Zitron. Ja, das hast du ja in der Mittagspause gemacht. 45 Euro Kuchen. 18 Kilo. Wir holen immer, wir haben hier so ein... Wir haben so einen Laden um die Ecke. Da haben die Tiefkühl-Sachen. Und da kaufen wir immer so Bleche Kuchen. Und wenn dann Geburtstage sind oder so, dann tauen wir immer die Stücke nach und nach auf. Da muss keiner backen. Oder nur frischendurch. Ja, und heute zum Kuchen mal einlädt. Und das hat der Bernd heute geholt in der Mittagspause. Ja, und jetzt sind wir ganz müde. Und liegen im Bett. Und wollen uns eigentlich nur noch verabschieden eben. Ne? Ja. Bis morgen. Tschüss.